Allerhöchste Qualität, frische Produkte in der Küche und ein wundervoller Biergarten zeichnen das Hotel zur Waldlust aus. Der familiär geführte Traditionsbetrieb in Frankfurt am Main unter der Führung der drei Bronte-Brüder vereint ein gemütliches Hotel und eine wunderbare Gaststätte unter einem Dach. Die gutbürgerliche Küche mit mediterranem Hauch überzeugt mit schmackhaften Spezialitäten wie Rumpsteak oder Pizza nach altem Familienrezept. Die vielfältigen Speisen können Sie im Innenbereich sowie im schönen Biergarten genießen. Auch größere Gesellschaften sind herzlich willkommen. Sonderwünsche werden gerne erfüllt und auch wenn es um Catering und individuelle Menüzusammenstellungen geht, finden Sie hier erfahrene Ansprechpartner. Zum Übernachten stehen äußerst komfortable Zimmer bereit. Wochenendgäste profitieren von Familienpreisen für die drei großräumigen Apartments. Hotelgaststätte zur Waldlust – definitiv einen Besuch wert!